Timo Werner wird ohne vorherige Vertragsverlängerung keine weitere Saison bei RB Leipzig spielen. Geschäftsführer Oliver Minzlaff sagte dem Kicker, wir müssen logischerweise spätestens nach dem Saisonende wissen, wie es weitergeht. Denn natürlich kann sich ein Verein wie wir nicht erlauben, mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Werners Vertrag läuft bis Juni 2020. Danach wäre der umworbenen Nationalspieler ablösefrei. Der Torjäger wurde zuletzt immer wieder mit Spitzenklubs wie Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht.